Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir haben hier die DUMBUM 120dB Variante. Es handelt sich hier um 1 Gramm BKS Knallerchen in der Zulassung F3. Sprich 2 x 10 Gramm in F3. Preislich liegen wir hier um die knapp 4 bis 5 Euro. Wir gehen einfach mal raus zur Zündung. Übrigens ein F3 Artikel. So Freunde, wir machen jetzt die 120dB DUMBUM Variante. Wie gesagt 1 Gramm pro DUMBUM. Verarbeitungstechnisch eine Röhre und hinten ist aber ein Plastikfropfen drin. Ich denke mal, den werdet ihr jetzt nicht sehen, aber das ist auf jeden Fall ein Plastikfropfen drin. Busch, das lese ich nicht. So, für 1 Gramm, denke ich mal, wird es nicht so doll werden. Schauen wir mal. Sollen ja 120dB haben. Das ist aber mehr als 120dB, wenn ich mal behaupten. Aber deiner am Anfang war doch schwächer, oder? Auch so. Auch so? Stimmt. Ich muss sagen, für 1 Gramm sind sie doch sehr gut. Wait a minute. Im Preis liegen wir hier bei 5 Euro, glaube ich. So, der letzte für euch. Na Freunde, also ich kann sie noch empfehlen. Ist zwar nur 1 Gramm, aber hey, trotzdem sehr gut. Du bist der 2 Gramm. So, könnt ihr die Rückzahl sind unter5你說bar. Er ist ja der toll. Vielen Dank.